Leute, das Video, wo ihr alle drauf gewartet habt, Leute, die Wartezeit ist vorbei, jetzt ist es endlich am Start. Ich habe euch versprochen, ich werde auf andere Reactions auf mein Musikvideo reagieren, Leute. Und ja, das mache ich heute. Außerdem, Leute, ihr habt euch letztes Mal so aufgeregt, dass ich nicht meine pinken Kopfhörer am Start hatte. Leute, heute setze ich sie wieder auf. Ich habe mir heute ein paar Reactions auf mein Musikvideo hochgeladen. Hochgeladen, ja. Ich habe mir ein paar Reactions auf mein Musikvideo rausgesucht, was ich mir heute angucken werde. Ich bin gespannt, wie andere Leute so darauf reagiert haben. Das waren wahrscheinlich so Videos, wo sie das erste Mal gesehen haben, was für ein Lied ich hochgeladen habe. Mega, mega crazy. Und da sind mega, mega viele Videos zusammengekommen. Also es haben so viele Leute requested. Und ich gebe das jetzt einfach mal ein. Und ihr seht einfach schon hier drunter, dicke Klippen Reaction, Reaction, Reaction. Die hat sogar schon 391.000 Aufrufe auf ihrer Reaction bekommen. Ich habe mir die noch nicht ganz angeguckt, die Reaction. Ich bin da echt gespannt drauf. Und boah, schon 408.000 Aufrufe. Crazy shit, Alter. Ja, obwohl die nur so wenig Abos hat. Also es ist heftig, wie sie auf jeden Fall da Klicks gemacht hat mit. Es ist unnormal. Also auf die reagieren wir auf jeden Fall heute. Und Leute, ich würde sagen, wir reagieren aber jetzt erstmal auf eine andere Reaction. Die andere... Wenig Speicherplatz. Perfekt, mein... Wir reagieren jetzt erstmal hier auf eine andere Reaction. Und zwar von Trio Gaming. 5000 Abonnenten, 318 Aufrufe, dicke Klippen, Hey Moritz Reaction. Let's go, meine Freunde. Let's fucking go. Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Da muss... Da bin ich leider raus, Leute. Servus, Trio. Willkommen zum neuen Daily Vlog hier auf meinem Kanal. Digger, was geht hier ab? Ich fühle mich gerade irgendwie voll überrumpelt. Ich drücke da drauf und wir... Fast wie auf meinem Kanal, Leute. Leute! Also, hier haben wir schon mal eine Frage. Wie findet ihr Hey Moritz? Geil oder nett? Ne, nicht sogar. 39%. Okay, Leute. Ich würde sagen, jetzt reagiert ihr auf mein Musikvideo. Let's go. Leute, wir gucken uns das Ganze mal an. Ich würde mal sagen, wir drücken mal auf Play. Dicke Klippen, dicke Klippen, dicke Klippen. Alter, das hat schon den Refrain auswendig. Er geht direkt ab, Alter. Warte, das muss ich mir nochmal angucken. Dicke Klippen, alter, das hat schon den Refrain auswendig. Feine Typen, auf jeden Fall. Ich hab das Copyright. Ach, wie vorgesperrt. Guck mal, Leute, er geht schon komplett ab. Er geht schon komplett ab. Alter, wie Oskar aussieht. Oskar, was ist denn los mit dir, Junge? Hä? Der herrliche Oskar guckt ganz normal. Lol. Was muss ich dir gerade auf? Ich check hier gar nichts mehr. Oskar, 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 Oskar. Der Junge hat's auf jeden Fall drauf. Der Junge hat's drauf. Danke, danke. Ich hab dicke Klippen und sie. Er geht komplett ab, Leute. Ich kann den Text schon auswendig. Das Video ist ziemlich krass aufwendig gemacht. Das muss man ehrlicherweise sagen. Danke, Diggi. Danke. Ich hab dicke Klippen, ich hab dicke, dicke Klippen, Klippen, ja. Ich hab dicke Klippen, ich hab dicke Klippen. Der Typ ist komplett gestört. Der geht komplett ab. Hast einen fahren lassen, war Moritz? Hast einen fahren lassen. What the fuck ist hier los, Junge? Digga, jeder andere, Digga, er geht hin, macht einen Stopp da und fragt, ob ich... Weiter geht's. Moritz hast einen fahren lassen. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Muss man ehrlicherweise sagen. Da hat die Drohnenaufnahmen ein bisschen reingeschissen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, die Drohnenaufnahmen ein bisschen reingeschissen. Ja, die hat tatsächlich Oskar gemacht, die Drohnenaufnahmen. Danke, danke auf jeden Fall dafür, Oskar, dass du die reingeschissen hast. Also, wenn er es sagt, ne? Nö. Ah, Leute, habt ihr es gesehen? Da hat man die Abschnitte gesehen. Spulen wir mal ganz langsam vor auf 0,25. Da habt ihr eine Pumorritze gesehen. Slowmo. Ja, jetzt, pass auf jetzt. Ja, ja, ja. Da. Habt ihr es gesehen, Leute? Habt ihr es gesehen? Da, da, da. Oh, Digga, der Typ ist komplett gestört. Aber tatsächlich war das absichtlich hier reingeschnitten. Sogar in meiner ersten Beta-Version hab ich da sogar noch so raufgesumt. Aber ich dachte mir so, hm, ich lass es lieber als Easter Egg drin. Also, huuuh, also der Typ ist wirklich, also der Typ ist wirklich absolut gestört. Ich würde sagen, eigentlich könnte ich das Video jetzt schon beenden. Aber, äh, ich geh jetzt einfach mal weiter und mach jetzt mal das Video von Celina an. Ähm, warum ist das auseinandergeschrieben? Warum? Egal. Ja, wie gesagt, das ist das krass viralste Video hier mit 408.000 Aufrufen. Und ich würde sagen, let's go. Warte mal, war ich beim Anfang? Achso, die macht einfach gar keine Begrüßung. Das geht einfach direkt los. Let's go. Okay, was soll das jetzt bedeuten? Also, sie sitzt da erstmal nur so extrem schockiert und macht so, oh. Okay, weiter geht's. Dicke, einfach nur, sie sitzt da einfach nur schockiert, glaub ich. Aber ich, ich guck mal weiter. Leute, ist das Oskar da? Ich fand den Move voll cool, wie er so draufgesprungen ist. Das hat auch, äh, ganz sicher keine 15 Takes gebraucht, Leute. Ich glaub, ich werd euch einfach mal, habt ihr Bock darauf, dass ich einfach mal alle Outtakes von diesem, äh, Lied reinschneide? Ich hab wirklich, glaub, 15 Takes gebraucht für diese Scheiße. Aber, wenn ihr mal die Outtakes vom Lied sehen wollt, ich hab die Dateien natürlich alle noch. Äh, ja, dann lasst doch einfach mal ein Like da und dann zeig ich euch die. Immer noch schockiert. Weiter geht's. Oh, wie süß er ohne Brille ist. Machen wir einfach so weiter, oder? Ich hab dicke Klippen, ich hab, ich hab dicke Klippen, ah, ich hab dicke Klippen. Also ich find's richtig gut umgesetzt. Das von Katja war nicht echt schon nice, aber von Moritz. Ja, danke auf jeden Fall, ne? Also, was soll man dazu sagen? Ich hab dicke Klippen, man zieh. Steh einfach so rum. Steh einfach so rum. Dicke, dicke Klippen, dicke Klippen, dicke Klippen. Dicke, dicke Klippen, dicke Klippen, dicke Klippen. Von diesem liebten Ohrwurm. Nicht von dicke Klippen, von dicke Klippen war schon schlimm genug, ne? Sechs Stunden durchgehend angehört. Tatsächlich find ich's witzig, wie wirklich Leute geschrieben haben, dass sie von dicke Klippen jetzt einen Ohrwurm wieder neu haben. Und früher das schon an, also crazy shit. Über jeden Stauner ab mit meinen XXL-Klippen. So viel Leute, hier kommt keiner aus dem Staunen mehr heraus. Leute, ich lieb diesen Pedoman. Ich liebe diesen Pedoman. Hä? Das ist doch, wie heißt der Typ nochmal? Das ist doch gar kein Pedoman. Wie heißt der Typ nochmal? Dieser Wow-Typ. Wow-Typ. Eddie Wally. Wusste ich direkt, Leute. Wusste ich direkt. Weiter geht's. Wir stehen hier seit Jahren. Sie sehen immer nice aus. Ich bin richtig stolz auf Sie. Das heißt, ich bin richtig stolz auf Sie. Leute, er putzt sich so. Währenddessen denkt er sich so, what the fuck? Was mach ich hier? Vor allem, oh Gott, das kann ich euch auch perfekt in den Outtakes zeigen, Leute. Da haben wirklich Leute gesagt, was macht der denn da? Da ist doch gar nichts dreckig. Was soll die ganze Scheiße? Und so wirklich, das hat man im Hintergrund dieser Aufnahme gehört. Leute, ich muss euch die Outtakes irgendwann mal zeigen. Aber ein anderes Video. Ich ziehe mich aus und dann springe ich jetzt nichts von dem Salto. Und das ist kein Videotrick. Ich hab dicke Klippen. Dicke Klippen. Ich find's richtig cool, ne? Wie einfach dieses, ich steh einfach so herum sagt. Ich steh einfach so herum, Leute. Okay. Ich find's sogar besser als das Originale. Ist halt so. Geil, Alter, danke. Twerken kann er auch. Ah, Leute, ich kann nicht nur meine Brille aufsetzen, Jungs. Das war das Ende? Okay, alles klar. Also, warum hat das jetzt 408.000? Ich guck mal die Kommentare rein. Da steht wohl die... Halt dich raus. Der Blick am Ende war einfach legendär. Was? Hä? So, ich so... Gut. Ich glaub, das war genug Internet für mich für heute. Ähm, ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Reaction auf mein Video. Ich find's echt krass, wie viele Leute das gemacht haben. Und das hat fast genauso viele Aufrufe wie mein Video, Leute. Dicke Klippen hat jetzt mittlerweile... What? Ach so! Alter, Leute, mein Video hat jetzt einfach schon 1,3 Millionen auf... Also, ich bin's komplett gestört. Also, es ist komplett, komplett gestört, Leute. Ach, hier ist sogar ein Kommentar mit dieser Selina. Gut, Leute, ich bin verstört auf mein Leben. Ich setze meine pinken Kopfhörer wieder ab, Leute. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs heutige Zuschauen. Und lasst auf jeden Fall ein Abo auf meinem Kanal da. Und lasst ein Like auf dem Video da, wenn ihr Bock habt, dass ich die Outtakes von meinem Video hochlade, Leute. Also, äh, ja, ich, ähm, kann euch da auf jeden Fall einiges zeigen. Seid auf jeden Fall hart gespannt. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Und, ja. Folgt mir auf Instagram, at dashelmurz. Ich hab da bereits die 50.000 Abonnenten auf Instagram geknackt. Leute, heftige Scheiße. Ich würd's sagen, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Haut rein und ciao! Ciao!